Maria fühlte, dass etwas Besonderes mit ihr geschehen sollte. Sie vergaß niemals, was der Engel zu ihr gesagt hatte. Doch wie konnte das sein? Sie ist doch nur eine einfache Frau, die noch nicht lange mit dem Zimmermann Josef verlobt ist. Sie hoffte auf sein Verständnis und seine Unterstützung und lobte Gott vom ganzen Herzen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.